Zum Geburtstag einer Freundin haben wir im Freundeskreis zusammengelegt und ihr einen Yoga-Gutschein geschenkt, der musste natürlich schön verpackt werden. Deshalb habe ich mir bei Modellbaukirche eine Form aus Acrylglas und Balsaholz lesen lassen, sie zusammengesteckt, einen Gutschein geschrieben und mit den passenden Modellfiguren in Szene gesetzt. Der symbolische Gutschein lässt sich als Erinnerung auf den Schreibtisch oder ins Bücherrecht aufstellen. Und das Beste, du kannst es auch machen.